Hallo ihr Lieben, Aminzadeh hier. Ich bin gerade bei der Neuen Sänagoge in München. Die Aura ist richtig schön und das ist die Neuen Sänagoge, um oben dann das Dach zu sehen. Also es ist richtig groß im Hof. Die Aura ist schön. Und dann bei dem Eingang, wenn man in den Eingang geht, also können wir mal hier einmal ganz kurz. Hallo ihr Lieben, Aminzadeh. Das ist richtig schön hier, die Aura. Das ist hier eine neue Sänagoge zu sehen in München. Und heute habe ich das Ganze jetzt nochmal aufgenommen, damit ihr das seht. Das ist der Eingang, der Eingangsbereich. Auf Hebräisch geschrieben und dort ist das dann das Deckel, wenn man jetzt nochmal weiter zurückkommt, zurückgeht. Richtig schön. Wollt ihr euch mal zeigen, geht mal ein bisschen näher dran. Ihr Lieben, bleibt gesund. Euer Aminzadeh. Bis dann. Das ist der Eingang, der Eingang. 55 bis 700�, 15 bis 99. Das ist der Eingang. Und dann bin ich nochmal einsam. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020